heute verdienst du 200 bis 300 euro mit digistore 24 jeden tag mit mir zusammen als team ja als team und das tolle ist du brauchst nicht volle kamera stehen du brauchst keinen eigenen content machen du brauchst ja kein e mail marketing nichts und kannst mit digistore 24 mit mir zusammen geld verdienen das ist mein vorschlag heute für dich okay digistore 24 ich gehe da jetzt heute nicht rein mit der anmeldung und und aber wir verdienen mit digistore 24 digistore 24 überweist das geld wie funktioniert das du kennst doch meine ganzen youtube videos und hier ich sag ja immer lustige sachen und auch alt und so habe ich auch versprecher drin und so du kannst diesen content nutzen um meine produkte zu promoten ganz wichtig du darfst nur meine produkte promoten mit dieser strategie und keine fremdprodukte aber wenn du das hat nachher machen möchtest schreibst du mir auf instagram oder schreib ich mir per whatsapp oder so und dann klären wir das noch mal persönlich ab ich suche zurzeit fünf leute die diese strategie umsetzen das ist limitiert und ich zeig dir das ganz kurz zum beispiel hier siehst du schon einen best of tik tok kanal und er hat einfach mal drei videos hochgeladen in den letzten tagen und hat einfach 105 follower und 1300 aufrufe 1000 auf mit mein content ich habe jetzt den ton aus ich habe jetzt den ton aus kann man ganz kurz glaube ich den ton an machen so multifunktionsgerät da ja nur zwei sachen weder folgst du ein creator und das geile ist der hat einfach ein paar ausschnitte von mir genommen ein paar minuten und so und hat mit diesen drei videos schon mehrere leute die ihn angeschrieben haben auf instagram ist gerade im krankenhaus oder deshalb macht er jetzt gar nicht weiter aber ich suche noch fünf leute das auch machen und ich erkläre euch kurz die strategie die dahinter steckt also du wirst einmal auf partner werden partner minus werden punkt.de da findest du mein partner programm und dort kannst du dich anmelden dort findest du auch die ganzen links zu meinen webinaren webinar 1 webinar 2 promo links zum jetzelied system affiliate army und 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 da kannst du dich schon mal anmelden dann kommst du auch in die telegram gruppe rein wo du immer news bekommst wenn ich was neues launch und so das ist natürlich voraussetzung des partner bei mir und die abrechnung funktioniert dann über die ist doch 24 du promotest zum beispiel mein jetzelied system das ist so mal ganz ganz gut und wie funktioniert diese taktik du kannst diese videos nehmen übrigens kannst du auch im youtube kanal starten instagram und so weiter schauen wir uns ganz kurz an das dort zeigen an da zeigen also du bekommst 50 prozent provision das habe ich dir gerade schon gesagt das sind ungefähr zum beispiel nur beim jetzelied system 200 bis 300 euro pro verkauf und wenn du eine große reichweite aufbaus mit meinen content und fleißig bist ja du brauchst nicht für der kamera stehen nicht so was nur die schnipsel hochladen ein verkauf pro tag also du kannst ja so schnell eine reichweite aufbauen auf diesen plattformen das ist echt möglich aber du kannst natürlich auch kurz vorher auf instagram eine bedarfsanalyse machen fragen was möchtest du überhaupt möchtest du eine affiliate armee aufbauen möchtest du ein eigenes digitales produkt möchtest du in dem mastermind von michael und so dann kann das natürlich auch mehr werden kann auch 400 euro pro verkauf sein und und deshalb aber da möchten wir jetzt nicht drauf aufhören weil das ist das wichtig dass du den content erstellt mit meiner hilfe weiter also um ganz klar zu sein und mein youtube kanal und du holst du die videos und lädst sie auf diese drei plattform hoch als als tik tok als short und als will bei instagram heißt es halt will bei youtube heißt es short und das ist eigentlich schon eine ganze aufgabe und es geht ganz einfach schritt 1 geholt zu den content schaust du die videos an von mir machst dir vielleicht einen zettel schreibst rein hey minute 1 bis minute 1 doppelpunkt 20 sekunden oder so diese 20 sekunden möchte ich rausschneiden und dann downloadst du die videos schneidest die videos dieses stück raus vielleicht hast du auch aus einem video auf einmal fünf sachen die du rausschneiden möchtest und dann nimmst du diese videos du kannst es mit einem gratis schnittprogramm rausschneiden und dann lädst du die einfach wieder hoch auf diesen plattformen bei tik tok schreibst du zum beispiel im profil oder du sagst dann auch mit der einblendung hey du hast interesse geld zu verdienen schreibt ich auf instagram an das ist sehr sehr geil und bei youtube zum beispiel kannst du natürlich auch die links drunter setzen oder so aber natürlich solltest du auch ein call to action haben und wenn du das fleißig machst oder so gibt es auch immer wieder tipps von mir ja also was ich halt anders machen würde damit du das halt optimieren kannst wer ganz wichtig ist wir klären das vorher ab nachrichten wie der kanal heißt ganz ganz wichtig dann darfst du nur auf diese kanäle meine produkte promoten ganz ganz wichtig und nicht von irgendjemand anders du kannst ja nicht mein content jetzt nicht produkte von jemand anders promoten dürfte klasse dann würde es auch ärger geben aber wir so lange du dich an diese regeln hältst mein content meine produkte promotest du funktioniert sehr sehr gut und wer hat schreibt mir eine nachricht auf instagram kannst du dann zum beispiel reinschreiben noch als text oder so oder wieder als text und in der beschreibung rein oder als einblendung oder natürlich auf youtube hast du den links sofort zu meinem webinar und leidest die leute sofort in das webinar und ja das ist eine sehr einfache strategie die ist einfach nur mit fleiß du kannst fünf videos am tag hochladen drei bis fünf auf tik tok drei bis von die gleichen videos die gleichen videos wenn du unter der minute bleibst auf youtube als shorts richtig bei youtube ist es wichtig dass es eine minute ist bei instagram ist es jetzt mittlerweile egal videos video aber ich würde trotzdem unter einer minute bleiben oder so vielleicht auch highlights mal 30 sekunden mal 20 sekunden dass es nicht so langweilig wird und du brauchst nichts dafür das sind die schnittprogramme sind kostenlos die videos kannst du downloaden und kannst damit einfach geld verdienen und ich finde das eine sehr sehr geil also ich hätte so angefangen mit so einer strategie und wer hat hier siehst du es ja auch es sind einfach nur ausschuldet jetzt fehlt das ist jetzt eine minute zwei action immer affiliate marketing oder den marketing und hier wird auch noch mal geschrieben oben hey call to action ist das wichtigste im affiliate marketing und so möchtest du lernen wie das richtig geht blablabla schreibt mir ja ja und blablabla also ich würde jetzt schreiben schreiben auf instagram link ist eine bio oder schreibt auf instagram da heiße ich so und so und das passt natürlich auch sehr gut mit den ausschnitten und so war das da kannst du einfach mal innerhalb minuten einfach mal video ausschnitte von mir nehmen und die hochladen so wie arbeiten wir zusammen also du musst dich vorher mit mir in kontakt setzen dass das ich weiß wer du bist welche tipps geben kann und dann klären wir zusammen den namen ab und deine fragen und dann kannst du eigentlich sofort loslegen also auch wenn du dich hier anmeldet als als partner du bist sofort akzeptiert für die meisten produkte und kannst auch sofort loslegen auch wenn du anderen traffic hast oder so aber wie gesagt das ist einfach mal ein trend und du kannst einfach mit ein bisschen fleißer halt richtig viele videos raushauen und ja kannst das natürlich auch vorplanen und so einfach mal vier fünf stunden am tag die ganzen dinger schneiden und dann hast du konnten für eine woche oder zwei wochen egal ist das dann bitteschön das einzige wo dann halt noch ein bisschen arbeit wäre wäre dann halt hier vorne bei bei der strategie dass die leute dich auf instagram vielleicht anschreiben und du sagst dann halt kurz holen mit affiliate markt um die welt lieber das weil du halt eine webseite bauen möchte oder hol dir lieber das jetz der verliert system oder besuch erstmal das webinach und michael das musst du so ein bisschen entscheiden und so da helfe ich dir auch so oder hey du hast schon ein bisschen vorkenntnisse und was schon zwei jahre dabei bewerbte ich einfach für die mastermind das so was kannst du auch machen und das aber mit meinen content und ich finde das sehr sehr cool wie findest du die schreib mal bitte in den kommentaren das war es eigentlich auch schon und wenn wir hier mal zurückgucken hier sind irgendwie 700 800 videos wo du auch aus den videos der letzten wochen und monate einfach content rausschneiden kannst das heißt wenn das fünf leute machen die haben einfach nicht den gleichen content auf tik tok und so weil ich produziere auch jeden tag neue videos mit tipps zum beispiel könntest du hieraus auch ein short machen und das sind so viele stunden an konnten dass du einfach gas geben hat auch hier diese webseiten oder hier weihnachten geld verdienen und und daraus die oder die verlust das verlust videos oder drei digital alternativen und 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 du kannst auch ein ein video dann halt zusammenschneiden aus drei stückchen oder so wenn die kernaussage stimmt ja wann arbeiten wir zusammen wann verdienst du 200 300 euro am tag mit mir damals team ist meine frage so hat sie zum video heute ist ja mein eigenes video ich würde die strategie machen wenn ich keine idee hätte und nicht vor der kamera stehen möchte keinen eigenen content produzieren möchte und so würde ich die strategie umsetzen ich würde mich ja kurz so auf jeden fall anschreiben aber wirklich ohne schatz also ich warte auf deine nachricht schreibt mich auf instagram an wer hat hier mein instagram kanal mal gucken wie viele leute sich heute melden und auch wenn du das video in paar wochen siehst oder so schreibt mich einfach an vielleicht gibt es da noch eine möglichkeit bin raus ciao